Ja, eingesperrt oder was? Und da kommst du nicht rüber? Wie nenn ich das denn? Fachjadong. 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 Fachjadong, nun hör auf zu nerven. Fachjadong, da wird er aufgestellt und dann ist das gut. Mein Gott, immer dasselbe mit dir. Dir kann ja noch ein Lehrer auf Meyerwerk machen. Ah! Manusino, der sang sein Lied in Me-Me-Me-Me-Me. Dann hältst du dich vor, dann hältst du dich auf.